Okay, willkommen zur nächsten Welt. 8 von 7 oder 7 von 8? Oh, ich hab dafür sehr viel Zeit. Anscheinend muss ich sehr viel suchen gehen. Weißt du was? Leck mich! Hm, 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 hm. Okay, ich muss ein bisschen weiter nach vorne gehen und dann abspringen. Ich frage mich, ob dazu auch ein Kaizo-Gina-Assisters gibt. Es wäre katastrophal für mich. Geh, Gautam! Ah, wie ist doch immer wieder dieses Scheiß-Gefäge. Ganz ehrlich, das wird sich doch kein Schwein anschauen. Wer so spielt, der muss erschossen werden. Okay, das war jetzt ein bisschen extrem gesagt, aber... Er kann doch nicht so scheiße spielen wie ich jetzt. Ach, Leute. Ich kann jetzt echt verstehen, wenn ich sehr viel jetzt Dyslex hier bekomme. Ganz ehrlich, das verdient... Ich dachte, dieses Video verdient Dyslex jetzt schon. Was für eine Zahl habe ich da unten? 6, 6, 5, 6... Ich freue mich jetzt schon drauf. Oh, no, Mann. War mir irgendwie schon klar, dass das jetzt passiert. Ich war mir irgendwie schon klar. Das Kackspiel rückt mich ja sowieso die ganze Zeit nur auf. Weißt du was? Leck mich. Ey, schon wieder, oder was? Schon wieder diese verdammte Scheiße. Ich habe keinen Bock mehr. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Komm jetzt, ich habe keinen Bock mehr. Bitte. Spar mir diese einfache Scheiße von diesem Kack-Motherfucker-Spiel hier. Wieso springe ich da Kugel hinterher? Oh, okay, jetzt verstehe ich. Ich verstehe. Oh, ich habe einen, glaube ich, ich habe die Arschkarte jetzt. Oh, nein, 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 nein. Oh, okay. Okay. Das war die ... ... ... ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. Ich hab sowieso eine vergessen. Das seh ich gerade auch so. Ey, ganz ehrlich, wie viele Wetten gibt es noch? Die hier und dann was jetzt? Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, willkommen. Es geht weiter. Ich hab's ja rausbekommen. Wie wie... Der eine Kristall... Wo der eine Kristall ist, der ist... Hier. Verpiss dich, riesen Dildo. Ach, wieso immer wieder diese eine fucking Stelle? Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ich hab keinen Bock mehr jetzt. Okay. Ich hab das jetzt ein bisschen vor... Äh, vorgespielt. Äh, übersprungen. Diese Passage... Passage... Okay. Die Passage, wo ich... Jetzt ganz nett herumgefällt habe. Okay. Ich hab das irgendwie jetzt gerade geschafft. Irgendwie. Komma, bitte. Ja, Mann, endlich. Perfekt. Jetzt kommt die verdammte fucking andere Welt. Ich nehm erst mal die andere Möglichkeit, die ich habe. Okay. Wir holen jetzt uns den einen Kristall. Den haben wir jetzt. Okay, komm. Okay, geht weiter. Ich werde heute nicht so viel kommentieren. Okay, komm. Hm. Ich werde heute nicht so viel kommentieren. Bisher läuft ja alles gut. Okay. Ist da ein Kristall? Ah, okay. Okay. so zu kommen muss man so Ich habe nachgesehen, wir sind gleich auch weg, wenn wir gleich auch fertig sind mit der Welt. Verdammt. Hm. Okay, die sind jetzt tot, da habe ich jetzt frei gebannt für mich. Und gleich kommt auch noch der Boss. Okay, ich muss jetzt eigentlich nur durchziehen. Okay, gleich kommt auch der Boss. Ich weiß, man muss dieses Wasserteil weg. Klasse. War wieder mal genial gemacht von mir. Okay. Okay. Jetzt kommt der Boss. Oh nein. Okay. Der schneller. Abhauen. Okay, Kram nochmal. Okay. Okay, Kram. Okay, Kram. Okay, Kram. Aber man weiß gar nichts von diesen Drachen eigentlich, von der Story-mäßig her. Und besiegt. Wo ist er jetzt abkauen? Oh. WTF? Das war alles nur ein... Das war alles nur ein Traum. Geht klar. Oh, das ist ein Doppelzweiß. Oh, das ist ein Doppelzweiß. Okay, Kram. Lange gut die Credits laufen, mhm. Oh, nix, nix, die Musik geil. Oh, nix, die Musik geil. Oh, nix, die Musik geil. Spalbond Ich hab doch alle Hä? Ich hab doch alle roten Münzen Also diese Bonuslevel Du kannst das nur freistellen Wenn alle roten Diamanten die jeweiligen Achso, jetzt versteh ich warum man So Eine kurze Sache Um die Bonuslevel zu machen Darf man In diesem ganzen Spiel kein Game Over machen Also ich hab ja paar mal ein Game Over gehabt Deswegen kann ich dieses Bonuslevel nicht mehr machen Werd ich es auch nicht mehr machen dann Und ja So gesagt ist das Projekt jetzt für mich Vorbei und wir sehen uns bald beim nächsten Projekt Das heißt Monster Tape